Ja, es ist natürlich so, dass die Situation eine besondere ist und eine besondere Situation bedarf auch einer bestimmten Maßnahme. Und ich glaube, es wäre fahrlässig vom Verein, aber auch von mir gewesen, wenn man sich die Saison anschaut, die darauf folgt, die eine ganz andere sein wird, A, Vorbereitung, wir werden keine normale Vorbereitung haben, eventuell auch keinen richtigen Urlaub, hätte man noch einen wesentlich schwierigeren Einstieg. Und deswegen haben wir uns auf beiden Seiten so entschieden, dass wir jetzt einsteigen. Wir haben aber auch die Gespräche schon geführt, wo ich auch gesagt habe, also wenn es nicht sein muss, möchte ich nicht rein, weil das war auch ein Grund, warum ich dem einen oder anderen abgesagt habe. Und jetzt ist es halt so und ja, ich freue mich drauf, weil die Situation ist so, wie sie ist. Aber wir nehmen sie an und wir haben total Lust auf Hertha, aber auch auf die Mannschaft, weil ich da auch ein gewisses Potenzial sehe. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir diese Situation jetzt meistern. Ich bin kein Freund davon, immer zu sagen, schwierig, sondern in Lösungen zu denken. Und klar, wir haben eine Situation, die außergewöhnlich ist, also die ich persönlich auch noch nie erlebt habe, obwohl ich so lange dabei bin. Es wird natürlich jede Situation treffen. Es fängt jetzt an, wenn wir jetzt gleich in zehn Minuten mit dem Team, um dem Team sprechen, wenn wir aber auch mit der Mannschaft reden. Ich kann keinem die Hand geben, ihnen in die Augen gucken. Ich kann keinen Körperkontakt suchen auf dem Platz, der nicht unwichtig ist, um auch Nähe aufzubauen. Dazu kommt noch, dass wir keine Spielformen machen können, keine Zweikämpfe. Also es sind so viele Dinge, aber das ist nur mal eine Auflistung. Aber es bringt nichts darüber zu jammern, sondern wir müssen das Beste daraus machen. Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Wir haben versucht, Trainingsformen zu entwickeln, die unserem Spiel nachher, wo Ausschnitte rausgezogen werden und wo wir hoffen, sobald wir wieder mit der Mannschaft komplett trainieren können, dass sie schon Inhalte haben. Und das ist eigentlich das, was wir vorhaben. Es ist aber auch so, dass wir natürlich auch Gespräche führen müssen. Wir haben eine Situation, ich bin der vierte Trainer in der Saison. Es ist Corona-Zeit. Man hat Quarantäne gehabt. Also so viele Punkte, die diesen Job jetzt ganz spannend machen, aber natürlich auch sehr, sehr intensiv. Aber vor Arbeit scheuen wir uns nicht. Und ich habe es ja schon gesagt, wir haben Lust.